Was ist das? Ich mach kaputt. Entschuldigung. Trikot, Brasil, Nationalmannschaft. Von Ronaldo, Nummer neun. Ich denke, Ramos ist für mich. Top-Spieler. Für mich war der beste Urlaub in Dubai. Mit Familie war gut. Ich denke, Mafi. Mafi ist von Afrika. Unchen mit Onion und Reis. Das ist die Commerzbank Arena für mich. Top, mit Fans, alles ist gut. Ich liebe nicht alles, aber Afrika ist für mich das Beste. Und Caribenmusik. Nur Frankfurt singen. Ich war in Lorient. Ich war neunzehn Jahre alt gegen Lille. Wir haben 0 zu 1 verloren. gegen Joe Cole, Nolanru und Azar. Top-Spieler. War ein gutes Spiel, ja. Wenn ich als Kind war. Ronaldinho und Roberto Carlos. Die beste Spieler. Ronaldinho ist der beste Spieler für mich. Ich liebe nur Fußball. Aber vielleicht kann ich ein bisschen Athletisch gucken. Leiste Athletisch? Ja. Wenn ich als Kind war. Fußballprofi. Wie mein Vater. Immer schon. Ja, immer schon. Zu viel, zu viel. Wir sind eine Mannschaft. Aber ich bin mit allen. Und Gerson, Johnny, Jethro. Ja, zu viel. Okay, cool. Danke für's. Bitteschön.